was geht ab liebe Schlimbecks Podcast Fans was war das für eine krasse Woche nein was heißt krasse Woche es sind einfach zwei Tage vor zwei Tagen habe ich meinen letzten Podcast aufgenommen und ja ich muss aber aufhören aufholen und deswegen ah legen wir gleich mal los was ist krass das passiert Britney Greiner geht in ein Straflager in Russland wie heftig oder Leute kleben sich fest auf Straßen und in Museen ein Oculus Gründer möchte eine VR Brille bauen die dich tötet wenn du im Spiel stirbst in den USA haben wir die kranken Midterms ein 3700 Jahre alter Läusekamm wurde gefunden und Kanye West kann endlich mal nachvollziehen wie der Schmerz von George Floyd war jetzt wo er sein Adidas Deal los ist Leute von all diesen Dingen habe ich null Ahnung aber wir werden versuchen sie gemeinsam zu ergründen in Florian Simbecks Comedy Podcast und da steigen wir jetzt direkt ein schön dass ihr dabei seid und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Mittwoch den 9. wenn ich mich nicht irre oder oh man wo ist mein Kalender ja heute ist auf jeden Fall Mittwoch das weiß ich und es ist der 9. jawohl der 9. November November ist ja auch die Neuen eigentlich oder ging los die alte Kalenderzählung ging ja los März oder die Iden des März März April Mai Juni Juli ach keine Ahnung auf jeden Fall Oktober September September ist doch die 7 September oder Oktober 8 November 9 Dezember 10 Dezember oder 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 und dann naja auf jeden Fall weil es heute eigentlich der 9. 9. heute ist 9-11 quasi heute ist der deutsche 9-11 was ist am 9. November alles Schlimmes passiert in der Vergangenheit wer weiß lass es doch mal nachgucken oder oh Gott wahrscheinlich habe ich die allerschlimmsten Daten ever verpasst was ist am 9. November alles passiert der 9. markiert in der deutschen Geschichte häufig einen epochalen Wendepunkt siehst du ich wusste doch da war was oder ich wusste doch da war was ob im Jahr 1948 18 23 38 oder 89 der 9. November eben es gibt ja sogar einen Platz des 9. Novembers 1989 in Berlin oder ok was ist passiert 48 Scheitern der März Revolution 18 November Revolution hallo 1923 der Hitler Ludendorff Putsch Ludendorff was für ein geiler Name oder naja ok vielleicht nicht November Pogrom ach du Scheiße ja richtig Fall der Berliner Mauer 1938 November Pogrom und 1989 Fall der Berliner Mauer was ist das November Pogrom ist es die Reichskristallnacht gewesen oder was ja Reichspogromnacht also schrecklich schreckliche schreckliche Dinge aber auch spannende Dinge sind am 9. November passiert und unter anderem diese total nichts sagen der Episode von Schlimmix Comedy Podcast Florian Simbex Comedy Podcast schön dass ihr hier am Start seid ja wie crazy oder was ich überhaupt nicht begreifen kann ist diese Festkleberei also erstens erstens ist doch Sekundenkleber mega unökologisch oder zweitens was passiert du klebst dich irgendwo fest und dann kommt jemand und will dich weg transportieren und was macht er dann entweder er rupft dich weg und dann bleibt ein bisschen von deiner Haut kleben und dann ist es Körperverletzung versus Körperverletzung versus Nötigung oder was ist Festkleben ist Festkleben Nötigung was ist für ein Straftatbestand wenn ich mich auf der Straße festklebe ist es Nötigung oder weil ich zwinge jemand anderen gegen seinen Willen zu einer Handlung nämlich stehen bleiben keine Ahnung umfahren oder umfahren oder zu spät kommen oder seine Termine abzusagen wahrscheinlich schon oder festklemmen festkleben nicht festklemmen festklemmen macht man bei Lego festkleben festkleben ich habe aber von niemandem gehört der hat versucht hat sich in einem Swimmingpool festzukleben oder in einem Sandkasten festzukleben es gibt gewisse Orte wo man sich wohl nicht festkleben kann und wo festkleben auch nicht viel bringt weil du das ich klebe mich in einem Laubhaufen fest ähm Protestierende bei der äh Skiweltmeister Slalom Abfahrts Weltmeisterschaft äh beschweren sich gegen die gegen die Gletscher äh Erodierung und kleben sich in einem Schneehaufen auf einer Läupe fest auf einer Langlauf Läupe keine Ahnung da kann man sich nicht festkleben man kann sich nur an Dingen festkleben die auch fest sind oder klebt der sich einfach klebt sich einfach jemand mit dem Gesicht an irgendwie ein ein teures Gemälde schütten äh Suppen und Soßen auf Gemälde ey ohne Scheiß ich frage mich wirklich was ist das für ein Protest fragen sich wirklich gerade wahrscheinlich so Boomer oder und ältere Leute fragen sich was ist für eine Art von Protest ist es nicht wirklich so das Kind mit dem Bart ausschütten oder ist es übertrieben ist es falsch ist es einfach nur Aufmerksamkeit aber letztendlich äh was zerstören also ich haben die gewusst dass die Bilder hinter einer Glasscheibe sind wenn sie das gewusst haben und sie schütten Suppe drauf was soll das dann dann haben sie ja überhaupt nichts dramatisches angerichtet oder dann haben sie einfach nur vielleicht äh was beschmutzt was ist wenn sie gewusst haben dass sie ähm dann haben sie einen Multimillionen Euro Wert zerstört Kulturgeschichte zerstört Menschheitsgedenken zerstört naja kann man sagen das Bild gab es doch noch oder das Bild man weiß doch wie das Bild ausgesehen hat dann hängt man halt ein Foto davon auf oder dann hält man mit Sicherheit haben die gute Fotos davon und daneben hängst du dann ein Bild von der Person die es zerstört hat das Original ähm äh am schönsten fand ich ja wirklich am schönsten fand ich wirklich diese eine Oma in Spanien die damals versucht hat dieses Jesus Bild zu restaurieren da ist die einfach mit ihrem Malkasten mit ihrem Malkasten ist die einfach in so ein Museum gegangen oder wo war das eine Kirche oder keine Ahnung und hat dieses Fresko wo der Jesus das Gesicht schon ein bisschen abgewetzt wahrscheinlich weil die Leute mit den Fingern drangegangen sind oh lass mich Jesus reiben lass mich Jesus reiben hat die dann mit dem Malkasten den wie so wiederhergestellt und damit unwiederbringlich vernichtet was ist denn damals passiert oder Oma Oma bemalt Jesus oder wie googelt man sowas Oma übermalt das Jesus Bild in Spanien Wahnsinn Jesus Fresco siehst du spanische Rentnerin Hobbymalerin aus Spanien überpinselt exe homo und es sah danach aus der Jesus mit der Dornen mit dem Dornenkranz und dem dem Jesus Bart natürlich der weiße Jesus der ist jetzt ein bisschen brown people mäßig aber er sieht auch ein bisschen aus wie ein Munchichi einfach sensationell ist die einfach hingegangen das ist doch der beste Protest oder komm ich übermale das Bild Leute festkleben Suppe auf Dinge schütten ist das der richtige Weg nicht so sieht das der bayerische Ministerpräsident Söder oder ich finde es auch so geil da geht er hin und sagt das geht überhaupt nicht die kommen erstmal hier laut Polizeiaufgabengesetz können die erstmal hier für 30 Tage in Untersuchungshaft da haben sie jetzt so eine haben sie jetzt so ein 18-jähriges Mädel haben sie jetzt nach München ins Gefängnis Stadelheim in Untersuchungshaft gepackt weil die sich festgeklebt hat auf der Straße meine Güte wie also ohne Scheiß also der Staat soll ja wehrhaft sein der Staat soll sich ja wehren können meiner Meinung nach ja aber das ist doch peinlich das ist doch nicht wehren das ist doch das ist doch um sich treten und um sich schlagen und gleichzeitig gibt es Leute die Flüchtlingsheime anzünden und bei denen gucken sie fünfmal weg oder andere werden andere werden schon mal vorsorglich in Sicherheitsgewahrsam genommen und Leute die Flüchtlingsheime anzünden da haben wir wahrscheinlich weil sie da zu viele V-Leute drin haben die haben da zu viele V-Leute in so einer Nazi-Zelle da sind da zehn Nazis und davon sind drei Leute V-Leute und die sind vom Staat bezahlt und wenn wir die jetzt alle festnehmen dann fliegen die ja auf und dann können die weiter nicht mehr ihre vom Staat bezahlten Nazi-Aktivitäten machen wofür diese bezahlt werden damit sie die anderen die vielleicht gar nicht die Initiative ergriffen hätten dazu anstiften Scheiße zu bauen damit man sie später vielleicht irgendwann verhaften können um irgendwann eine Aussage zu bekommen um irgendwann an irgendwelche Hintermänner zu kommen nur um dann festzustellen dass das Geld irgendwie aus der Schweiz kam oder aus Russland und man kommt dann sowieso nicht mehr ran und dann lassen wir es einfach oder und genauso ist es mit Russland sitzt die Britney Greiner Britney Greiner and Greiner and is the shot oh Gott ich hab NBA 2K22 hab ich gespielt mega geiles Spiel aber ich hab die Women's NBA gespielt weil ich ja ein großer Fan bin von unseren deutschen Nationalspieler Frauen die ja auch in USA spielen oh Gott wie heißt er Satu Sabali genau und ich hab mit ihrer Mannschaft gespielt und meine Erzgegnerin war immer Britney Greiner und die wurde mit einer mini Menge Haschisch am Flughafen in Russland festgenommen vor wann wurde die festgenommen vor Ewigkeiten oder Britney Greiner wann haben die die festgenommen keine Ahnung die ist dann im Februar im Februar am Moskauer Flughafen mit einer kleinen Menge Haschisch festgenommen ist sofort verhaftet worden das ist schon tückisch oder du denkst du bist irgendwie ein Superstar denkst natürlich auch wahrscheinlich du schwebst so ein bisschen über den Dingen oder und gleichzeitig gleichzeitig kommst du aus einer Ecke wo wo der Konsum von Haschisch basierten Rauschmitteln legal ist und du hast halt ein bisschen was dabei und denkst dir nichts böses machst ein Basketballspiel willst in den Flieger steigen plötzlich kommt der Schäferhund an der trainierte der der drogensüchtige Schäferhund denkt sich oh Gott da ist was da ist mein Stoff ich brauche den Stoff ich brauche den Stoff wo ist er denn oh der ist auf 1,40 Meter Höhe wie groß ist die Brittany Griner schnüff 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 schnüffelt in ihrer Umhängetasche und dann wird sie rausgewunken und für die Russen ist es natürlich oh Gott das ist natürlich für die wenn Weihnachten Ostern Geburtstag und Namestag zusammenkommen feiern Russen eigentlich Weihnachten gibt es in Russland Weihnachten ne oder das sind doch alles böse Menschen böse Menschen feiern kein Weihnachten auf jeden Fall sagen die oh das ist ja wie die Oktoberrevolution deswegen haben sie auch heute am Tag der Oktoberrevolution haben sie die gute Brittany Griner in ein Straflager verlegt zu neun Jahren Haft wegen einer mini mini Menge Haschisch alter wenn das kein politischer Akt ist oder das kann doch wohl nicht sein ich ich finde es mittlerweile ich finde es echt heftig ich finde es echt heftig wie da kann man natürlich sagen ja aber Gesetz ist Gesetz Gesetz ist Gesetz ey Leute Straflager neun Jahre Haft geht es noch das ist unverhältnismäßig naja also wenn da die Todesstrafe wenn in Katar die Todesstrafe steht auf Homosexualität dann ist es halt so dann müssen die halt exekutiert werden oder wenn in Russland die neun Jahre Haft steht auf eine kleine mini Menge Haschisch dabei haben dann muss man das akzeptieren nein muss man fucking nochmal nicht deswegen boykottiere ich auch die WM deswegen stehen mir diese Fußball Millionäre Milliardäre bis hier die sagen ach Katar also komm was ist denn da schon passiert den Leuten geht es jetzt besser als vorher wir haben wir haben doch Arbeitsplätze geschaffen nein leckt mich nein ich schaue mir das nicht an und ich habe die Schnauze voll mit irgendwelchen Höhenerstypen Leute die auf Verbrechen natürlich auch spezialisiert sind uns erklären dass man sich da keine Gedanken zu machen braucht und ganz ehrlich ganz ehrlich jemanden für neun Jahre wegsperren wegen ein kleines bisschen Haschisch das ist da muss diese arme Frau ihre Karriere okay es passieren auch anderen Leuten schlimme Dinge da wird auch nicht auf ihre Karriere Rücksicht genommen aber es ist eine Person die im Licht der Öffentlichkeit steht und an der ein Exempel statuiert wird und da muss sie einfach jetzt herhalten und das ist unverdient und das kann einfach nicht passieren und das ist einfach nur Machtbeweis von Russland es ist einfach nur totale Willkür meiner Meinung nach zu sagen neun Jahre wegen ein bisschen Haschisch sorry ja das ist einfach zu krass wie viel bekommen wir bei uns wie viel bekommen wir bei uns für eine kleine Menge Haschisch weiß ich ich weiß es nicht aber sicherlich keine neun Jahre vielleicht zwei oder maximal da gibt es auf jeden Fall noch immer einen Ermessensspielraum und erzählt mir nicht dass russische Richter keinen Ermessensspielraum haben die haben das komplett im Sinne im Sinne von Voldemort Putin haben sie das ausgenutzt und haben gesagt wir zeigen es den Scheiß Amis jetzt einfach mal und da denke ich mir echt wieso lassen wir uns diese Scheiße gefallen wieso müssen wir alle wie die Irren bezahlen wir haben Inflation wir haben Öl Gas Pellets die ganze Energie Heizen alles alles ist gleich hier Energiekrise ja wen trifft es die Ärmsten von den Armen die Reichen können es abfedern die haben vielleicht ein bisschen weniger Gewinne oder sie sind schlau genug an irgendwelchen Konzernen beteiligt zu sein wo sie ordentlich abschöpfen können aber da geht keiner hin da geht keiner hin oder Arschlöcher ohne Kack manchmal denke ich mir echt wir bräuchten ja es ist wirklich so Wladimir Putin wenn du jetzt zuhörst wir bräuchten einen James Bond Typen ja und lass uns bitte gleich Idris Elba hinschicken ja einen schwarzen James Bond ja einen schwarzen jemanden auf den ihr doppelt keinen Bock habt am besten noch jemanden ja oder schickt schickt Idris Elba hin als schwarzer James Bond nee wir schicken doch keine Schauspieler hin wir schicken einen echten Geheimagenten hin oder und lassen und lassen den einfach chirurgisch mit einem mit einem Tom Cruise artigen Mission Impossible ja von der Decke runter abseilen waagerecht hängen zwischen Lichtschranken durchtanzen und dann bei Wladimir Putin an dem ganz ganz langen Tisch mit einem Blasrohr Giftpfeil den Typen einfach killen und genauso schnell wie du hingekommen bist wieder abhauen was was denkt ihr was passiert was passiert wenn Woldemor Putin durch eine chirurgische Entfernung durch einen Spezialagenten plötzlich tot ist machen die Russen auch oder da muss jetzt keiner kommen und sagen ey mach sowas nicht mach sowas nicht das haben die machen die Russen ganz genauso mit ihrem Novitschok Attacken wieso behandeln wir die immer noch so als gäbe es irgendwie eine globale ein globales System in dem wir die mit Respekt behandeln müssten oder dass wir uns zumindest an Regeln halten müssen warum haben die immer noch ein Vetorecht in den Vereinten Nationen oder täusche ich mich da wie die wenn die ganz dass die ganz alleine einfach mit ihrer Stimme globale Veränderungen blockieren können warum verstehe ich nicht dass Russland sollte auch mittlerweile als Rogue State als Rogue Nation so wie es es damals wie es damals auch hinbekommen haben wie es mit was Iran Irak was haben sie alle was waren alles die Rogue Nations oder warum kann warum kann Nordkorea immer noch im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea Raketen abschießen what the fuck ich meine was ist denn da los warum kann ich die Weltgemeinschaft hingehen und sagen so jetzt ist mal Schluss hier okay ich habe mir das längere Zeit angeguckt du hörst nicht du lernst nicht dazu und du du machst immer nur Ärger ja genau du ich rede mit dir brauchst es nicht so komisch weggucken du machst immer nur Ärger und jetzt reicht es einfach ja warum weil sie Atomwaffen haben oder ich schätze die haben überhaupt gar keine ich schätze ich schätze die sind zu pleite und dass da alles nicht richtig gewartet wurde ich schätze dass die überhaupt nicht die Möglichkeit haben irgendwas zumindest nicht im Kurz- und Mittelstreckenbereich gegen bei der Ukraine einzusetzen im okay wie gesagt ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung aber ich schätze die kriegen nichts an den Staat eigentlich sollte man da einfach einfallen einfallen die Weltgemeinschaft ja krass aber wer sagt wer recht hat wer entscheidet wer recht hat wer entscheidet dann wer die Guten und wer die Bösen sind die Leute sind da teilweise von allen Geistern verlassen oder die Leute haben doch keine Ahnung mehr schau dir die Midterms Wahlen in den USA an da hast du auf der einen Seite Trump und seine seine blinde Gefolgschaft ein paar total Vollidioten ehemalige Footballspieler Hershel Walker der sich als Abtreibungsgegner aufstellt aber gleichzeitig Abtreibungen finanziert hat der der mehr Kinder hat als ein mormonischer Großfamilienvater von denen aber allen nichts weiß dann dieser Dr. Oz oder ein ehemaliger der ehemalige Oprah Winfrey Oprah Winfrey medizinischer Berater von einer Oprah Winfrey Show später hatte die Dr. Oz Show okay Mehmet Oz klar Türkisch Bruder alles klar die kandidieren alle für die Republikaner finde ich immer sehr verwirrend die Republikaner sind rot und die Demokraten sind blau und aus meinem Verständnis ist rot immer so einigermaßen links keine Ahnung und blau ist konservativ und dort ist es genau andersrum und auf der anderen Seite hast du irgendwelche Leute wie Pelosi keine Ahnung wie heißt dieser eine Typ John Federman ein ehemaliger was war der Footballspieler oder ja richtig Herschel Walker was war Herschel Walker war auch Footballspieler oder wir haben zwei Footballspieler in den USA die kandidiert sind Herschel Walker verloren glaube ich oder John Federman gewonnen gegen Dr. Oz hat Pennsylvania jetzt in der Wahl geholt Georgia gibt es noch eine Stichwahl keine Ahnung wie es da ausgeht aber ich verstehe nicht wie so eine Wahl wenn es zwei Parteien es gibt nur zwei Parteien die restlichen sind alle so im Ein-Prozent-Bereich dass da wenn du eigentlich die Wahl hast zwischen Teufel und gefühlt aus meiner Perspektive wie gesagt meine Perspektive da 49,5% gegen 50,5% die Wahlen ausgehen ich meine es ist auch so als würdest du sagen hier du bekommst von mir dein Leben lang dein Leben lang bekommst du von mir Miete bezahlt Bildung ich übertreibe es natürlich Sozialleistung Krankenversicherung wir wollen die Bildung aufbauen wir wollen Frieden wir wollen erneuerbare Energien wir wollen dies das adi das nur nicht für Kanye West da gibt es nur noch dies das und und auf der anderen Seite was die anderen sagen also pass auf wir werden hier wir werden die und die Bevölkerungsgruppen haben in Zukunft weniger Rechte wir wollen mehr wir wollen mehr für die Reichen wir wollen wir wollen dass jeder für sich selbst verantwortlich ist auch die Armen ja sorry wenn du nichts an den Start kriegst bist du im Stich gelassen letztendlich ist es Kuchen Kuchen für alle versus Leben lang Leben lang scheiße fressen und am Ende am Ende geht sowas 50-50 aus und ich verstehe es nicht ganz ehrlich ich verstehe nicht wie man wie man wie man zwischen zwischen gut und böse aus meiner Perspektive eine 50-50 Wahl machen kann da ist doch meiner Meinung nach die Demokratie am Ende oder das ist doch wirklich ich meine man sieht ja auch daran dass dann irgendwie ein Fernseharzt gegen einen Footballspieler antritt die echten Politiker werden echten Politikern wird sowieso misstraut oder so jemand wie Trump hat Chancen weil der sagt was er denkt wahrscheinlich würde bei uns Dieter Bohlen der sagt einfach was er denkt komm komm wähl doch den das ist jemand der ist mit dem kann ich mich identifizieren so läuft es so läuft ich verstehe es nicht ich verstehe nicht wie in den USA wie sowas passieren kann ich glaube wir sind auch dahin und ich bin der Meinung die Demokratie hat versagt die Demokratie muss weg und die Kids heute die kleben sich irgendwo fest wobei 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 übertrieben hartes Durchgreifen ich habe auch schon oft gewettert gegen Cancel Culture und dass man dass man hier eigentlich nichts Böses will und trotzdem gecancelt werden soll von irgendwelchen Leuten vielleicht ist es ja mal so nicht schlecht so eine Schreckensherrschaft der Jugend oder einfach so jetzt pass mal auf ihr Alten du hältst dein Maul du hältst dein Maul du hältst dein Maul du hast lang genug Scheiße gelabert und denkst jetzt du darfst immer noch weiter reden nur weil du irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen eine Comedy-Show hast jetzt ist mal hier Schluss ihr werdet alle gecancelt und wir fangen alle von vorne an muss man mal ist dieses Tabula Rasa Prinzip vielleicht gar nicht schlecht einer sagt was misogyne ist raus mit ihm einer sagt was rassistisches raus mit ihm ich bin da sowieso jemand der dafür ist der dafür ist auf der einen Seite entweder komplett hart durchzugreifen oder dieses Free Speech Modell zu fahren das was so wie ich das verstehe Elon Musk möchte wobei er widerspricht sich ja auch auf der einen Seite sagt er die Leute sollen auf Twitter sagen können was sie wollen auf der anderen Seite wenn sie sich als Elon Musk ausgeben und sich Elon Musk nennen gleichzeitig aber den blauen Haken sich gekauft haben also verifiziert sind dann geht es gegen die Regeln dann ist es keine Parodie dann ist es keine Comedy mehr dann ist es nicht mehr Free Speech dann ist es Vorspiegelung falscher Tatsachen ist es dann ernst gemeint wahrscheinlich schon oder du bist auf Twitter so und so lange willkommen wie du die Regeln von Twitter einhältst das ist Ausübung des Hausrechtes ist eine Form von Free Speech in USA wo Corporations auch als Personen gelten und Free Speech haben insofern gilt für ihn Free Speech einfach nur ähm soweit sie ihm in den Kram passt so schaut es doch aus Leute oder das ist und genau so versteht ihr wahrscheinlich Comedy oder Comedy ist nur dann lustig solange sie nicht gegen dich ist du lachst über jeden Witz über jede Randgruppe und sagst ach komm das musst du aushalten können das ist Demokratie das ist Redefreiheit das muss Demokratie abkönnen und kaum geht es über dich hey Moment und das ist meiner Meinung nach das was die Kids nicht verstanden haben heutzutage und ich bin der Meinung und jetzt kommt der Punkt den vielleicht wo ich vielleicht Elon vertrete ist ähm verbietet doch nicht Rassismus beziehungsweise wenn jemand Rassist ist dann das ist jetzt ein dünnes Eis auf das ich mich begebe ja aber dann verbietet ihm doch nicht seine rassistische Meinung zu äußern oder ähm sehr dünnes Eis ne aber ich muss sagen ich persönlich mir ist es lieber wenn ich weiß der Typ ist Rassist als dass er mir aufgrund von irgendwelchen Regeln ständig nur was vorspielt mich vielleicht auf seine Seite zieht weil ich gar nicht die Möglichkeit habe zu durchschauen was er wirklich vorhat und am Ende verfolgte irgendwelche rassistischen Motive geh doch hin werde doch Mitglied der der rassistischen Partei Deutschlands und und komm auch damit klar was ähm ja ob du dann noch Sponsoren hast ob du dann noch äh ja plötzlich springt Adidas ab lieber keine US oder das hätte auch niemand gedacht dass eines Tages mal äh ein schwarzer Milliardär äh Antisemit und Rassist sein kann oder oder missinterpretiere ich da irgendwas was keine US gesagt haben kann er ist echt übel College Dropout habe ich sehr geliebt aber ich wünschte er wäre im College geblieben der Typ was der mit dumme Scheiße erzählt okay ich erzähle vielleicht auch dumme Scheiße aber ich denke Rassismus ähm Rassismus äh gibt dich zu erkennen dann weiß ich mit wem ich es zu tun habe und dann musst du aber auch mit den Konsequenzen dessen leben also ich fordere ein Coming Out für Rassisten ja jede Randgruppe hat ein Coming Out ja dann haben wir halt die Pride Boys ist doch okay die haben wir halt in den USA die laufen halt rum und sagen äh ja wir sind Ku Klux Klan wir sind stolz darauf stolz zu sein äh bla 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 und der Rest der Welt kann sich hinstellen und sagen schau dir die Idioten an und damit müssen sie aber auch leben ja und dann gibt es Leute die sie unterstützen und es gibt Leute die sie dann nicht unterstützen und am Ende des Tages sehen wir das kann eine Demokratie ab ja also wahrscheinlich wäre die AfD gar nicht so mächtig wenn wir irgendwelche äh keine Ahnung volksverhetzenden antisemitischen Parteien äh hätten äh die die ganzen Vollspacken die bei der AfD ja ein Zuhause finden äh nicht bei denen mithüpfen würden aber wie gesagt das sind die Mehrheitsbeschaffer die das dann die die auf ihre Seite ziehen so wie früher wer hat es gesagt wer hat es gesagt bei der CSU in Bayern darf es keine Partei rechts von der CSU geben wer war das wer hat es gesagt war es Franz Josef Strauß das ist strategisch gedacht das ist strategisch gedacht ja das heißt nicht wir wollen die verbieten nee das heißt wir gehen hin und wir greifen deren deren Sprüche ab machen damit Politik und unsere Wähler wissen aber das sind ja auch nur Extremstimmen in dem großen unter dem großen Dach CSU und ähm am Ende einigen wir uns auf eine gemäßigte Zwischenlösung davon oder das heißt damit äh zieht man diesem rechtsextremen Tiger letztendlich die Zähne aber unzufrieden werden die dann trotzdem sein oder irgendwann gehen die hin und sagen nee wir wollen jetzt aber schon oder und dann machen sie ihre Anschläge es ist echt schwierig es ist echt schwierig aber ich denke wenn das Strafrecht da da durchgreifen würde und wenn ähm wenn man die machen ließe und sie wähnen sich im Recht und tun dann aber was Kriminelles dann haben wir sie doch oder als dass man sie immer zwingt äh unter der Maske des Gemäßigten äh quasi zu agieren und am Ende ihnen dadurch die Möglichkeit gibt sich reinzuwaschen ja also ganz ehrlich ich bin dafür ich bin für ein Outing von Antisemiten ich bin für ein Outing von Rassisten und äh lass die doch lass die doch und sobald was passiert können wir dann aber auch hingehen und sagen so wir haben keine V-Männer bei denen dann brauchen wir nämlich keine V-Männer mehr ja dann muss keiner mehr undercover bei denen dabei sein weil die nämlich in der vollen Öffentlichkeit sind und dann können wir auch mit aller Härte des Gesetzes durchgreifen ja vielleicht ist es aber auch extrem naiv gedacht ähm also versteht mich nicht falsch ich bin überhaupt nicht pro Antisemitismus oder pro Rassismus bin da voll dagegen ne es gibt immer Leute die verstehen dann sowas nicht die missinterpretieren dann sowas ja äh krass jetzt bin ich schon die ganze Zeit wieder am labern wie lange was hier halbe Stunde schon wieder äh meinen Mist abgesondert lass uns zu den trivialeren Dingen übergehen oder wir haben ein ein Maus ein Lauskamm gefunden der datiert auf das Jahr 1700 irgendwas vor Christus also 3700 irgendwas Jahre alt haben die ein Lauskamm gefunden und da war in einer antiken Sprache keine Ahnung schlag mich tot wie die Sprache hieß stand drauf möge Lisa Kamm alle Läuse entfernen oder sowas in der Art was stand drauf ich hab's hier irgendwo Läusekamm Läusekamm Mäusezahn ne weiß weiß ich nicht mehr auf jeden Fall die haben ein Läusekamm gefunden 3700 Jahre alt und da und da haben sie anhand der Inschrift haben sie rausgefunden wie dass man damals eben schon auch so sag ich mal in der geschriebenen Sprache eines der ältesten Zeugnisse der geschriebenen Sprache ähm auch triviale Sachen geschrieben hat nämlich möge dieser Läusekamm funktionieren und die Läuse aus unserem Haus vertreiben sowas in der Art da stand nicht drauf von wegen Königssohn so ist der Größte und ähm und äh Gott in seiner Pracht keine Ahnung ja nein es standen so die trivialen Dinge allerdings war der aus aus Elfenbein genau möge dieser Stoßzahn sowas stand drauf möge dieser Stoßzahn äh die Läuse aus diesem Haus vertreiben oder sowas aber voll geil oder ein Elfenbein das heißt äh in der Region gab es gar keine Elefanten das heißt es müssen echt reiche Leute gewesen sein die ein Elfenbein Läusekamm hatten und ähm aber interessant fand ich mega interessant äh zu sehen okay damals gab es halt auch äh normale Leute und es gab normale Probleme und Läuse gab es auch so Läuse ja die gibt es auch immer noch so oder ich meine Theorie ist ja dass Läuse bei Selfies übertrieben übertragen werden ne Kids machen Selfies machen den Kopf zusammen Kopf an Kopf Foto und die Laus tschack springt drüber und los geht die Party aber wir hatten auch schon öfter Läuse zu Hause das ist echt mies guckst auf so einen Kinderkopf denkst du ach du scheiß was ist denn da los was ist denn da los dann kleben die da und unsere Kids haben ja so Locken es war echt 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 immer richtig anstrengend zweimal sind die mit Läusen aus dem Kindergarten nach Hause gekommen weil irgendwelche und dann geht es los ne dann geht es los ähm von wem kamen denn die von wem kamen denn die Läuse du möchtest ja jemanden haben du möchtest ja wissen ah ja genau typisch habe ich mir schon gedacht dass das die mit den Läusen sind aber die vom Kindergarten die verraten dir nicht von wem die Läuse sind die verraten nicht wer die Assis sind wer die Assis sind in dem Augenblick wo du sie selber hast wo du sie selber dann mitbekommen hast äh dann bist du es dann bist du es mega peinlich ich glaube Läuse haben ist richtig peinlich oder aber aber ich finde es interessant dass auf einem so einen trivialen Gegenstand wie ein Läusekamm Sachen eingraviert werden warum macht man das nicht auf anderen Dingen oder möge dieser Playstation Controller dir viele viele Siege bringen möge möge dieser Suppenlöffel möge dieses möge dieses Messer dein Fleisch möge ach möge diese Klobürste möge diese Klobürste die braune möge diese ja ihr wisst worauf ich hinaus möchte möge diese Wattestäbchen Wattestäbchen Leute ich krieg's nicht ich krieg's nicht also ich glaube ich glaube bei Wattestäbchen der Hinweis bitte nicht in den Gehörgang einführen ist der meist ignorierte Hinweis auf irgendwelchen Produktverpackungen weltweit weil ich bin jemand der immer noch nach dem Duschen äh nach dem Gesicht waschen und nach dem Eincremen mit Wattestäbchen ins Ohr geht aber schon so dass ich nicht irgendwie reinschiebe sondern ich versuche raus zu mit Außenbewegungen was zu machen ähm und ich hatte bis jetzt auch noch nie irgendwelche Probleme mit verstopften Ohren mit erhöhtem Aufbau von irgendwelchen Ohrenschmalz aber ich hab von meiner Mama so eine Ohrenschmalz Bohrmaschine bekommen was heißt bekommen die haben ausgemistet und irgendwie hat ihr hat mein Stiefvater hat wohl zwei von diesen Dingen es sind einfach nur es sind einfach nur so Stifte mit einem dickeren Griff und da kann man so eine Silikonschraube aufsetzen so eine Spirale ist das die Spitz zuläuft und die auch nicht so weit reingeht und dieses Ding kann man dann in sein Ohr reinhalten und dann drehen also ohne Motor oder irgendwas und ähm bei mir kam aber nichts raus aber das soll wohl sicherer sein als mit einem Wattestäbchen weil es eben nicht eindringen kann weil er nicht abrutscht oder sonst was äh wie bin ich jetzt auf die Wattestäbchen gekommen ach ja Klobürste Wattestäbchen triviale Dinge genau nicht in den Gehörgang aufführen einführen so ein 3700 Jahre alter Wattestab möge dieser Wattestab dein Ohrenschmalz okay ähm und die letzte krasse Geschichte was was ich gelesen habe ist der ich glaube der Gründer von Oculus Oculus Rift ihr wisst was ich meine das ist so eine Art VR-Brillen VR-Brillen-Konzept oder VR-Brillen-Hersteller äh der Gründer von denen ich weiß nicht ob der noch Teil der Firma ist der entwickelt eine VR-Brille die dich töten kann die dich töten kann wenn du im Spiel stirbst okay jetzt meine Frage an euch wie oft seid ihr in einem Videospiel schon gestorben ich bin bei Uncharted 4 bin ich glaube ich 600 Mal gestorben auf schwierigste Einstellung ähm ich weiß nicht wie es bei anderen wie ist es bei irgendwelchen Roleplaying Games wie WoW oder sowas ähm oder LOL oder ich kenne mich da nicht aus ich kenne mich da nicht aus ganz ehrlich aber die Spiele die ich spiele da stirbt man einfach und dann respawnt man und dann macht man da weiter am letzten Savepoint aktuell spiele ich übrigens Ghostbusters da kommen wir einfach zu dir deine Mitspieler drücken auf A und du bist wieder am Leben aber sofort kitzeln dich kurz bist wieder am Leben Ghostbusters The Video Game das Remake oder das Re äh keine Ahnung super geil richtig anstrengend richtig schwieriges Spiel ähm äh vielen Dank an den äh äh Twitch Zuschauer der mir den der mir den ähm den Steam Code dafür geschenkt hat geiles Spiel das ist so ein Videospiel wie es halt früher war weißt du es ist hart und schnell und anstrengend und es wird immer schneller und immer anstrengender und irgendwann bist du tot wie das echte Leben und ähm und jetzt gibt es jemand der sagt ich möchte eine VR Brille so bauen er hat da in der VR Brille hat er drei Sprengsätze verbaut so mit die sind mit der Entwicklung noch nicht so weit ja aber die VR Brille erkennt angeblich ob auf dem Bildschirm äh Game Over oder was auch immer ähm zumindest stand so im Artikel Game Over steht wo steht bitte Game Over ja äh you died oder keine Ahnung ja erkennt ob du gestorben bist und zündet dann drei Sprengsätze äh die alle drei vorne auf deiner Stirn sitzen einer in der Mitte wie so ein Einhorn und links und rechts gehen noch zwei weg das sind ungefähr so zehn Zentimeter lange Kapseln mit Sprengsätzen drin die werden dann gezündet also wenn du im Spiel stirbst wirst du auch in Wirklichkeit äh getötet und es entwickelt ja ernsthaft warum warum soll man sowas einfach willkommen heißen und sagen ja ja wir sind sowieso zu viele Menschen auf der Welt ähm allerdings wer macht die Scheiße weg oder äh ich bin mal froh dass mein Sohn nicht so extrem tief in Games einsteigt äh dass er sagt ja ich will diese ich will dieses ultimative Feeling haben wenn ich im Spiel sterbe will ich auch in der Realität sterben ich bin so es sind diese Leute die im Videospiel heiraten wahrscheinlich oder ich verstehe es überhaupt nicht könnt ihr euch es ist warum oder warum identifiziert man sich so extrem mit dem Spiel dass man sagt wenn ich wenn wenn es da zu Ende geht dann hat auch der Rest des Lebens keinen Sinn mehr nicht vorstellbar für meine Begriffe weil für mich ist Gaming ein Eskapismus ein Entfliehen dem Alltag Entfliehen ja aber so dass ich immer wieder zurückkommen kann in den Alltag weil mir ist der Alltag wichtig ich habe ich habe Spaß daran ich lebe gerne ähm ja zumindest wird es von diesen Geräten keinen Gebrauchtmarkt geben oder zumindest oder wahrscheinlich wird es welche geben da klebt noch ein bisschen Gehirn dran oder wahrscheinlich gibt es Leute die sich das dann verkaufen und sagen naja vielleicht doch nicht so mein Ding an wem wird sowas eigentlich getestet völlig Banane oder oder habe ich da irgendwas falsch interpretiert lass nochmal komm lass nochmal googeln okulus okulustöten okulusgründer entwickelt ein VR set das euch töten kann auf eurogamer.de lese was soll schon passieren hahaha drei Sprengsätze obendrauf Paul Malucki der Gründer von okulusVR und Schöpfer der okulusRift hat ein neues VR Headset designt das seine User töten kann damit feiert er die Anime-Serie Sword Art Online in der es kurz gesagt ebenfalls um ein VR Headset geht das sein User töten kann ah wow wow die Idee das reale Leben mit dem virtuellen Avatar zu verknüpfen hat mich schon immer fasziniert nur die Androhung schwerwiegender Konsequenzen kann ein Spiel für euch und alle anderen Personen im Spiel real erscheinen lassen ja super ich find's ja ok wenn jemand sich so eine Weste anzieht die dir dann so Punches geben kann oder Druck vermittelt oder irgendwas ja keine Ahnung dass du das Gefühl hast oh jetzt keine Ahnung du gehst tauchen und plötzlich wird die Luft enger oder sowas aber dich töten viel Spaß damit wie gesagt wir haben sowieso zu viele Menschen auf der Welt wow Leute meine neuen Termine meine neuen Termine jetzt bin ich wirklich vom 100.000 gekommen das nächste Mal dass wir uns sehen wird wahrscheinlich am ich sag mal Mittwoch der 16. sein da bin ich bereits in Hamburg und spiele bei Wortkotze das ist die Comedy Show die Bastian Block veranstaltet und zwar im Lustig Comedy Club in der Talstraße am 15. spiele ich die komische Nacht in Vechta das ist auch dort oben im Norden irgendwo zwischen Oldenburg und Hannover am 17. weiß ich noch nicht genau was ich mache aber ich werde abends auf bei einer Comedy Show sein habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm hat mir der Basti das erzählt wo ich bin am 17. lass mich ganz kurz meine ich habe glaube ich fünfmal schon gefragt am 17. Bastian Block ähm Digga 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 ah das sind lauter Audionachrichten Egal 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 Am 18. bin ich in Hamburg abends bei äh Moin Haha in der grünen Jägerstraße ist Moin Haha in Hamburg das ist die Show mit Ole Waschkau ich glaube da ist jemand anders noch beteiligt aber seid mir nicht böse dass ich nicht die Einblicke in die Hamburger Comedy Szene habe auf jeden Fall ähm bin ich am 16. 17. 18. in Hamburg werde da Dinge tun werde wahrscheinlich auch Fleisch essen ja ich werde wieder Fleisch essen weil Basti hat schon mal vor was krasses für mich zu kochen bin ich schon sehr gespannt und dann am 21. bin ich in Puch bei Hallein das ist äh in der Nähe von Salzburg und spiele dort Comedy Lounge und dann 22 23 24 November bin ich in Köln holt euch doch bitte die Karten äh für Boing Comedy in Köln äh 25. habe ich dann einen Firmenauftritt genau und dann schauen wir mal es sind weitere Comedy Lounge Termine geplant am 10. am 10. Dezember wird es eine Comedy Lounge geben in Bad Reichenhall am Moment am 10. Dezember am 25. Dezember ist eine Comedy Lounge in Bad Reichenhall allerdings ohne mich am 10. Dezember spiele ich in Bad Reichenhall genau und am 16. wird es wieder eine Comedy Lounge geben in äh in Puch bei Hallein genau meine Comedy Lounge holt euch die Karten sind aktuell im Vorverkauf die Hälfte ist schon weg übrigens Ingolstadt am 29. November Augsburg am 30. 1. Dezember Dachau 2. ähm Schongau und ähm genau 7. 8. 9. Dezember bin ich in Mainz Saarbrücken und Karlsruhe geht einfach auf www.sinnbeck.de das sind die Termine ähm vielen Dank wieder fürs Zuhören ich hoffe euch geht's gut passt auf euch auf bleibt lustig guckt doch gerne mal bei unserem Erkan und Stefan Twitch streamen vorbei geht einfach auf twitch.tv slash Erkan und Stefan in einem Wort durchgeschrieben und da sind wir da kann man mit uns schreiben da gamen wir wir talken aber auch mit euch da kannst du einfach in den Chat reinschreiben und ich kann dir antworten das ist eine super coole Geschichte aber tut mir einen Gefallen sprecht mich dort als Stefan an und nicht als Florian ähm so wir hören uns wieder nächste Woche danke euch bleibt gesund ciao ja richtig ich muss noch die Abspannmusik machen ich muss noch die coole Abspannmusik machen weil die hören wir ganz gerne übrigens ähm ich bedanke mich derweil an meinen äh Steady äh beziehungsweise Patreon Unterstützern die meinen Podcast unterstützen geht auf fludenzimbeck.de und klickt dort auf den Link mit Steady da könnt ihr mich für 3 Euro im Monat unterstützen und ihr bekommt so eine schöne Kaffeetasse zugeschickt jawohl da steht drauf wuff 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 one two one two und der Kaffee schmeckt daraus gleich viel besser so vielen vielen Dank an meine Unterstützer nämlich Silke Moser Christian Schwalb Christina Chirio Dennis Place André Borst Raffi Petro Luongo Adrian Imke Jesus Savis Pit Juna Klug Patrick Funk Gatza Marco Wels Jasmin Faller Michael Buchner Rebecca Schmelzer Marlene Bürgers und Angelika Rubi und vielleicht nächste Woche auch schon du freue mich 3 Euro im Monat bist du dabei kannst meinen Podcast unterstützen ähm freue mich sehr darüber das war's ciao ihr Lieben lasst mir die Musik noch auslaufen übrigens die Musik könnt ihr auch runterladen auf Steady beziehungsweise Patreon muss man gucken ob das da zur Verfügung steht aber den Song gibt's da ciao ihr Lieben